hallo minecraft freunde und weiter geht's im minecam 2.0 und heute haben wir abkratzer dabei ja der karl kann nicht der hat problemchen mit seinem pc und außerdem hat er seiner freundin noch was versprochen aber abkratzer ist ja auch in ordnung ich komme auch rüber gleich ich bin noch ich bin nur am überlegen was ich heute blödes anstelle ich weiß nämlich noch gar nicht habe ich habe überlegt ob ich die segel wieder abreißen werde ich will jetzt schon mit allen segeln da kleben und warte mal warte mal ich will mal gerade man könnte doch eventuell eventuell immer so ein bisschen einrichten aber dazu bräuchten wir auch mal ein bisschen anderes holz was haben wir eigentlich so alles an holz weißt du das noch nicht aber ich kann fahren gehen kann mal handlange machen ja ne weil weil dschungelholz und eichenholz haben wir ja genug wir bräuchten mal fichtenholz warte mal das ist ein bisschen dunkel das ist ein bisschen dunkel birke wir haben wir irgendwo birke auch schon gepflanzt ich denke bei euch nicht oder warte mal stimmt ja du bist ja vom anderen team ich bin hilflos und herrkos und so ich habe nur eine tierösie ok da haben wir eine birke die pflanze ich direkt mal ich weiß gar nicht aber ich hätte schwirren können dass wir auch mal hier mehrere birken hatten auf jeden fall wachsen die bäume hier sauschnell kann sein ich will nur mal gerade gucken wo ich die hin pflanze die weißt du was wir haben doch da draußen ziemlich viel weggerodet und da können wir es doch theoretisch raus draußen hin pflanzen hier ist auch keine birke sonst genau genau hier können wir doch ich pflanze die hier hin zack dann machen wir hier noch ein lichtchen hin dass das schön helle ist ich hoffe das ding wächst auch da wachse okay das dauert glaube ich keine fünf minuten oder so sollte eigentlich ratzfatz gehen ja das hoffe ich magst du mit rein ja vielen dank bitteschön ja und es hat mich jetzt auch zuschauer gefragt ob ich meine führung machen würde hier durch die durch das hier alles ne kommt auch noch kommt auch noch so jetzt bin ich jetzt will ich mal gerade hier schauen vielleicht finde ich jetzt auch mal eine birke irgendwo aber sieht nicht gut aus äh nein also ich habe keine gesehen holz haben wir da zwar drin aber keine birke es ist aber blöd sortieren wir das mal weil manchmal über see ist ne keine birke da haben wir aber birkenholz weil ich möchte mal so ein bisschen auch mit hellem holz arbeiten und da wäre es hier doch ganz praktisch wir machen hier so eine art tresen genau weil das ist ja ist ja das gemeinschaftshaus so da haben wir hier einfach zwei block dazwischen so jetzt äh nein so genau müssen wir hier dann genau da setze ich die hin so dann machen wir ein paar halbe möchtest du gerade ein ja möchte ich möchte ich was möchtest du machen ich will hier so ein tresen hin machen ähm bin doch gerade dabei überlegen weil ich habe nicht viel birke das steht schon mal fest so 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 und da dann machen wir hier einen hin und da einen hin dann haben wir hier so eine art tresen und dann könnten wir könnten wir könnten wir Moment jetzt bin ich am überlegen da oben glasscheiben glasscheiben habe ich ähm ich muss nochmal glaube ich mobsen gehen oder ich gucke nochmal in die truhe war da glas juhu das glas brauche ich nicht mobsen gehen haha hat er aber glück gehabt ich weiß nicht dass der ähm 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 ja ich hab doch jetzt echt den namen vergessen ja egal auf jeden fall hat er eine menge glas gehabt das weiß ich so und ich möchte ganz gern scheiben so zack so dann machen wir hier so und hier das ist dann sozusagen wie so ein so ein ähm das können wir eigentlich so machen ok dann haben wir es zu äh ja das ist natürlich blöd man sollte sich dafür haben also eigentlich habe ich gefunden ich habe noch ein bisschen jo das ist äh wundervoll so aber aber obendrauf machen wir jetzt nicht äh warte mal warte mal warte mal vielleicht sollten wir da mit koppel mit koppel genau da legen wir mit koppel oben aus äh hab ich so viel ach ich hatte noch welche so 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 weil mit ein und demselben material zu bauen ist nicht so schön das gefällt mir dann immer nicht so da haben wir hier quasi so eine Art Tresen und dann könnte man oben so ein paar Drohnen hinstellen das ist quasi wie so ein äh äh Lager ist vom vom Gemeinschaftshaus jo und hier würde ich sagen mache ich dann so Trapdoors hin ihr stellst einen Kalle rein der bedient euch dann äh ja ja der bedient sich selbst dann ähm so dann machen wir hier haben wir zwei stück so machen wir die zack und zack so dann können wir vielleicht in die Ecken noch so ich will mal gerade gucken haben wir sowas wie Laub aber ich glaube nicht wenn nicht muss ich mir mal eine Schere machen doch wir haben wir haben gut das ist prima dann mache ich doch noch ein paar Trapdoors Trapdoors genau 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 erst mal setzen wir das dahin so ein dahin ein dahin dann können wir hier ne das würde nicht gut aussehen machen wir hier hier so noch hin das kommt eh wieder weg das heißt das brauche ich erstmal noch ähm und zwar so zack dann ähm ähm ja ist klar ich will davon aber nix rausschmeißen machen wir es so so zack genau so schönes pflänzchen hier rein prima so dann machen wir auch eins hin da müssen wir noch mal Trapdoors machen ähm ähm brauche ich noch mal einen so zack gut so das haben wir gleich wieder ein so das haben wir wieder so dann muss ich erstmal thruhen äh nein nicht da da heißt hier wollte ich da auch noch sowas hinhaben hier wollte ich da auch sowas hinhaben das heißt ich brauche noch mehr Trapdoors so 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 machen wir gleich so zack halt so dann aber hier äh du stehst da irgendwie gerade ungünstig ich geh gleich weg sofort so so Moment da muss noch eine immer noch ungünstig es passt ok super hier auch so dann haben wir das nämlich auch da haben wir hier schön eingerichtet bist du das am craften gerade äh ne musst du ne ich wollte es abbauen ne doch lass mich noch mal ein paar kisten machen ich mach dir grad ein paar kisten hier oben ja weil ich wollte die mit hoch nehmen die workbench so dann nimm sie weg so nehmen wir sie mit hoch machen wir hier oben schön hin so dann 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 machen wir die da hin und dann müsste ich mal müsste ich mal ähm 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 schauen kannst du erstmal kisten oh ja das ist gut ja ja aber ich will ja nicht nur kisten ich will das schon so ein bisschen designtechnisch ne weil hier können wir schon mal so eine hinstellen so eine doppeltruhe dann könnten wir könnten wir ich weiß ich weiß machen wir das so so weil die müssen ja nicht blank auf dem boden stehen so machen wir die hier hin so jo das ist doch schön dann machen wir hier ne da nicht dann machen wir sie so dahin wenn ich sie dahin mache dann steht sie im weg das ist nicht gut so dann machen wir die Moment wie habe ich es da gemacht genau so das soll ja da auch nicht zu weit rüber perfekt so und dann könnten wir hier was könnte ich denn hier noch hinstellen ähm Moment 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 so dann machen wir hier ja ein Ofen vielleicht ne ich habe mir gedacht ich mache hier einfach mal so ein bisschen ähm sowas dazwischen nochmal sowas das ist so ein bisschen so professionell aussieht doch ein Ofen hast du eigentlich recht könnte ich auch hier hinstellen ähm machen wir auch so machen wir so ein Ofen hier hin genau genau gar nicht mal so verkehrt und dann können wir noch hier so ein Spender hin machen zack genau ja da sieht das schon mal gar nicht schlecht aus jetzt äh würde ich gerne würde ich gerne ähm 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 was könnte ich nicht hier noch hin basteln Blumen irgendwie ist mir das auch zu dunkel hier ähm 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 ich will mal gerade gucken das heißt ich will mal gerade hier schauen was wir da so so basteln können haben wir draußen schon mit dem ja haben wir auch schon gearbeitet mit ähm ähm das ist schlecht das ist schlecht das ist schlecht wie kraftet man das eigentlich das zeigt es mir nicht an he ne kann man nicht kraften äh äh gemeißetes Steinziegel kann man nicht kraften boah ähm Moment mal ne gemeißetes Steinziegel kann man nicht kraften ähm das ist natürlich blöd ähm mach ich die da draus? ne ne das wäre ja auch schon ein bisschen blödlödlöd Moment mal ich habe doch hier mit Birke angefangen warum eigentlich nicht Moment so dann machen wir hier zack äh Abkratzer magst du mal schauen ob die Birke da hinten schon gewachsen ist? Ja ich bin schon dort so das heißt ähm 1 2 3 4 das heißt hier könnte ich eigentlich so hm ne das heißt das da brauche ich dann machen wir hier so Abkratzer was kann man beim runden Tisch nicht? wie beim runden Tisch? hast du einen runden Tisch? ja hast du einen runden Tisch? was kann man beim runden Tisch nicht? ich weiß es nicht in die Kante beißen aaaah mein runden Tisch ist rund er hat keine Kanten ne? ähm ja ja ich habe gedacht das ist eine Fun Frage jetzt hehehe theoretisch schon so jetzt bin ich auch grad am überlegen wie ich das mache wie ich das mache ich habe äh ich habe äh ich habe äh eigentlich ne das kann ich so nicht machen theoretisch könnte man hier drunter noch ne dann kommt die Decke zu weit runter das wäre auch doof ich möchte die schon so ein bisschen zu hoch lassen hehehehe egal wir machen das so dann muss ich äh nein die ganz bestimmt nicht so ähm zack machen wir nochmal welche so machen wir hier hier äh nein 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 ist nicht ich habe zu wenig Birke hatte bin doch schon da hast du nachgepflanzt? na sicher super ey du bist du bist gekauft alter wie geil ist das denn ja so äh ich mache erstmal hier so ein bisschen was rein so steine dass ich mal ein bisschen platz habe so dann das hier mal umcraften so dann kann ich nämlich nochmal tröpschen machen so und die hätte ich gerne da hin so dann haben wir einen Tisch mit einer Glasmitte jaaa schön so und jetzt äh ach Lehm Lehm haben wir hier gibt es hier glaube ich gar nicht ne? hm ich habe keins gesehen bisher ja das ist natürlich blöd sonst hätte ich nicht noch Blumengräppchen drauf gestellt weißt du? das wäre natürlich geil gewesen ja aber es gibt ja auch leider keinen Teppich äh Teppich ist kein Problem ich habe ja mit der weil ich äh äh weil wir ja so fleißig gebaut haben haben wir uns ja die Belohnung verdient das ist eigentlich die Idee Besteckchen drauf machen ja hm machen wir hier so Moment ich muss nochmal welche craften so war das glaube ich ne 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 so war das genau wie viel gibt es da für 3 Stück? echt jetzt? für 3 Stück brauchst du dafür Wolle oder? ja 2 Wolle darf ich jetzt nicht einstecken ja ich hab ja ich hab ja ich hab ja ok so schlimm ist es nicht so ich wollte die aber eigentlich für die Segel verwenden so jetzt haben wir hier so Tische mit einer Glasmitte so dann brauchen wir noch Stühle woraus mache ich Stühle? woraus mache ich Stühle? weil ich möchte schon hier so ne? irgendwie hm 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 brauche ich nochmal die Koppels so dann machen wir die aus Stein ne? dann willst du nicht zu lange hier rumsitzen weil sie sollen ja auch noch arbeiten und nicht nur rumsitzen das hab ich mir fast gedacht bitte? das hab ich mir fast gedacht so warte mal das machen wir nochmal weg hier das ist blöd dann setzen wir da hin zack und zack sooo boah so schön äh nicht schön aber selten ähm ja ich hab schon mal schöner eingerichtet auf jeden Fall oh was könnte man hier noch machen? Bilder können wir nicht machen schade aber grün fehlt grün fehlt ja auf jeden Fall genau das machen wir auch Moment vielleicht in die wände lianen oder so was machen wir machen das hier so ach so das geht nicht die fackel muss da weg die setzt man ein bisschen woanders hin wie setzen wir die jetzt ach komm hier haben wir kerzen auf dem tisch aber hallo haben wir kerzen auf dem tisch so das da kommt auch weg so genau und da die ecke machen was nicht machen wir nicht machen wir nicht so aber sieht schon schöner aus ja vielleicht hier noch eine pflanze damit es den abschluss was wo ich habe die befürchtung dass es dann zu eng beim aufgang wird und das geht eigentlich noch ja dann hast einen schönen abschluss weißt du was wir machen das weg hier das hier machen wir weg wir machen da überall diese pflänzchen hin so geht es mal ein bisschen vom fenster zu aber das ist natürlich mein fenster hast du gehört so jetzt muss ich schon wieder platz machen so sonst bleibt das zeug mit so also für diese folge war es das erst mal liebe zuschauer so ein bisschen eingerichtet weiter geht es dann in der nächsten folge das heißt nachher um 18 uhr ich sage bis dann tschüss tschüss auf